Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, und recht herzlich willkommen. Vielen Dank an dieser Stelle von meiner Seite, dass Sie mir einen kurzen Moment Ihrer Aufmerksamkeit schenken. Aber ich denke, Ihnen geht es ähnlich wie mir und wie den Kollegen in der Belegschaft auch, oder? Man freut sich richtig darüber, dass die Tage langsam aber sicher deutlich länger werden, dass die Temperaturen merklich angestiegen sind. Und das bedeutet für mich persönlich und für viele der Kollegen, so langsam aber sicher haben wir den Winter hinter uns. Das Frühjahr steht uns bevor und ich glaube, da geht es Ihnen ähnlich wie mir auch, da habe ich einfach Lust auf Farbe. Da darf es gerne wieder etwas bunter werden. Ich glaube, schwarz, grau, dunkelblau haben wir in den letzten Monaten und wahrlich genug zu sehen bekommen. Und genau deswegen möchte ich Ihnen am heutigen Tage ein wirklich außergewöhnliches und wunderschönes modisches Accessoire anbieten, nämlich unsere traumhaft schönen Silikon-Armbanduhren. So abwechslungsreich bunt wie das tägliche Leben selbst. Diese trendige Armbanduhr gibt es in vielen verschiedenen knalligen und richtig poppigen Farben. Dank dieser trendigen Farben schauen Sie nämlich jetzt in der Zukunft einfach doppelt so gerne nach der Uhrzeit. Zudem kommt diese Uhr sowohl an Männer als natürlich auch an Frauenhandgelenken richtig prima zur Geltung. Ganz egal, ob wir von ganz normaler Businesskleidung sprechen oder vielleicht dann doch eher vom spontan gewählten Freizeitlook. Das sportliche Design der Uhr wird übrigens geprägt von dem elastischen Silikon-Armband und der drehbaren Lunette am Gehäuse. Das können wir uns mal kurz anschauen hier. Das ist natürlich so ein Relikt aus der Fliegerei. Aber hier sehr, sehr schön. Vielleicht möchten Sie sich auch ganz einfach mal eine bestimmte Zeit einstellen. Und Sie hören hier schon anhand dieses Rädchens hier, dass das richtig wertig verarbeitet wird. Ja, oder verarbeitet ist vielmehr. Ergänzt wird diese tolle Uhr natürlich von einem ganggenauen Quarzlaufwerk und einem wertigen Gehäuseboden aus rostfreiem Edelstahl. Den kann ich Ihnen ebenfalls mal ganz kurz zumindest von der Rückseite zeigen. Bietet Ihnen nämlich wirklich einen sehr, sehr angenehmen Tragekomfort. Und selbstverständlich ist die Uhr auch wasserdicht bis drei Atmosphären. Das klar strukturierte Ziffernblatt ist übrigens außerdem besonders leicht abzulesen. Und ein weiterer Vorteil für Sie, dank der nachleuchtenden Uhrzeiger und Zifferpunkte, haben Sie jetzt auch nachts die Uhrzeit stets sekundengenau im Blick. Ich muss zugeben, liebe Zuschauer, dass ich mich im letzten Jahr mit diesen Uhren reichlich eingedeckt habe. Ich habe sie mittlerweile wirklich in allen Farben des Regenbogens zu Hause, weil sie ganz einfach speziell zum Freizeitlook ganz hervorragend passt. Mal zu einer Jeans getragen, mal zu einer Shorts getragen, zu einem etwas bunteren T-Shirt oder ganz einfach auch mal für die Damen zu einer weißen Bluse. Oder vielleicht auch einfach mal zu einem weißen Polohemd. Die sehen einfach richtig peppig aus und der Tragekomfort ist wirklich absolut fantastisch. Liebe Zuschauer, das waren unsere Silikonarmbanduhren. Sicherlich für Sie ein sehr, sehr interessanter Artikel. Wenn Sie aber vielleicht noch weitere Artikel aus diesem Produktsegment oder aus einem anderen Segment unseres Bereichs kennenlernen möchten, dann schalten Sie doch ganz einfach mal um auf unseren Fernsehsender, auf Pöll TV. Sie empfangen uns natürlich täglich über den Satelliten. Sie empfangen uns aber natürlich auch über die Kabelnetze. Und selbstverständlich sind wir auch für Sie im Internet präsent unter der Adresse www.pell.tv. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrer neuen Silikonuhr.